Hallo YouTube und herzlich Willkommen zurück. Hier Iowa wieder mit dem Team Triklau EU Nico. Heute jetzt nur zu zweit, der Stinde ist heute nicht da. Zu zweit Wettkampf. Wie man so gesagt Kommt mit Tischen auf Englisch, oder? So, ich hab so leise die Musik gemacht, ich höre nur dann die Musik beim Spiel, sonst nicht. Ich hab gar nichts angebildet. Nee, nur beim Spiel hört man dann die Tore kommen. Oh, der liebe Timo ist da. Oh, hier hab ich doch zwei kompletten Stile an der Partei. Nee. Oder lieg ich da falsch? Ich hab gehört da einig, ich hab gedacht, ich hab gehört da einig ESS Season 2 Profi Oh, der antäusch Grand Champ. Da hab ich nur mal so kurz gehört. Stimmt's? Oder? Ja, noch nicht ganz, aber komm. Ich weiß die, was sich mein Bruder gegönnt hat. Der den Alpha Boost. Oh, fuck. Ich weiß die, wie viel Wert der ist. Nee. Gratet. Keine Ahnung. Sechs Kilo? Sechs Kilo Ki. Pass auf. Frag, wie schwer der ist. Nee, ratet mal, wie viel der einfach wert ist. Ach, wie viel der Wert ist. Ja. Ich hab nicht, wie schwer der ist. Keine Ahnung. Keine Ahnung. 20 Euro. Sechs Hundert Kies. Was? 20 Euro, nicht was. Das ist Moritz, Alter. Größe gehen an die Augen, Moritz. Das ist einfach... Der Scheiß bin ich einfach 600 fucking Kies wert, ne? Und er hat's für 200 bekommen. Was? Ja, wie viel Kies hat der denn? Er hat jetzt aktuell, er hat noch 199 Kies im Inventar. Oh, wow. Oh, schade. Und er hat dreimal Heatwave. Ach, er hat so viele Schwarzmarkt-Sachen noch und so. Wisst ihr, was auch ein richtig wertvolles Item ist, was ihr bestimmt auch alle habt? Ich hab zu viel Kissen. Gefärbte Reifen. Habt ihr gefärbte Reifen? Ja, ich hab meine Moritz gegeben. Der Rabauka hat die jetzt verschenkt, Alter. Gefärbte Reifen sind so zwischen 5 und 10 Kies jeweils wert. Ah, das ist arm. Hatte lila ne... Lilane Sunburst. Ah, lila ne Sunburst. Die sind auch nice. Pink Sunburst sind zum Beispiel 8 Kies wert. Und weiße und schwarze Sunburst sind 10 Kies wert jeweils. Bei der Xbox ist es, glaube ich, anders. Ja, Xbox ist scheiße. Kannst du eh vergessen. Hau da raus, Alter. Ja, komm. Xbox ist eh scheiße. Also Rocket Legion-mäßig ist Xbox total unten. PS4 ist sogar höher. Ja, weil die das Spiel auch für die Playstation als erstes rausgebracht haben. Aber es wird bald ändern, Timo. Oh, keine Ahnung. Wir sind was jetzt enthängig. Relativ, ob sich das jetzt ändert oder nicht. Ich gucke meinem Bruder ab und zu zu. Das macht Spaß. Und das war es dann auch mit Rocket Legion für mich. Okay. Und das krasse ist, bei Rocket... Wenn du Keys hast, ja, und du Sachen öffnest, du kannst eigentlich nur Gewinn machen. Du kannst nur Gewinn machen. Das ist so krass. Okay. Kirst du. Ihr könnt auch zum Beispiel... Hör dich nicht, komm weg. Wie heißen diese einen Räder da, die so leuchten. So komisch. Oh, die von... Oh, jetzt fällt mir der Name nicht an. Von der... Ersten Kiste, glaube ich, war. Waren die? Luki oder so. Luki oder so heißen die. Wenn du die in Painted kriegst, die sind, glaube ich, so... Boah. Was sind die wert? 40 Keys sind die wert Painted. Boah, wo man leckt ist. Das ist echt schade, ist, dass es nicht so einen richtigen Markt gibt hier. Ah, schade. Kein Problem, drei Beine die Junkie-Fotze. Er hat nichts auch nur vor. Okay, trotzdem danke, beharrte Fassoich-De-Rosettenschmalzbraue. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Keine Ahnung, ich habe einfach ein paar Wörter nebeneinander geklatscht und habe es so... Ich habe gerade herangebillt... Neue Beleidigungen, Alter. Kein Mensch kennt, außer jetzt. Ja, ich fand, das ist ein Up-To-Date. Sollst du jetzt noch ein bisschen Mucke? Das wird die neue Generation Roten Asma benutzen. Ja, ja. Dann in der Schule kommt das vor. Also wer hat diese Beleidigung denn erfunden? Das ist halt hier, wo? Oh, ich... Es waren drei Rocket League-Spieler. Oh, nice. Wir waren in einer wunderschönen rüten Party-Bahn, bis der Glanz-Reus reinkam. Echt was? Du weißt, dass da auch Nico was gerade gemacht wird. Das ist doch Samarkand, ich gerade. Grüße gerne mit dein Spaß. Komm, D.P. Ich fliege! Wow! Ups! Du hast mich noch voll weggeschleudert! Bumm! Haut er mich hier weg! Zack! Hier! Bumm! Haut er mich zehn Kilometer weg! Der Junge! Der Fleck ist von mir! Wow! Lektor! Ich hab voll das... Ich hab voll das Lektor gemacht! Ich möchte noch jemanden begrüßen. Meine Mutter, mein Vater und ganz besonders meine Eltern. Hä? 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 Oh mein Gott! Hä? Was soll's? Wann aufhärmspieleribi, jetzt geht erst richtig zur Sache. Mh... Mh... Naja... Sag mal, aber wir hier mal ehrlich sind beide Grandchamps, oder? Sie kannst auch gar nicht mehr laufen. Hä? 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 auch bei zwei Akkord natürlich und bei zwei Akkord natürlich die Beweite noch wir haben ein Krenz und kann eigentlich jeder ja Krenz und das ist so heftig das Stamm er hat es aber der Begründung hat die Geschmack der Prüfung ist es auch nicht mehr muss aber wirklich er muss aber immer durch jeden interna spielen, damit die Maschine die einlässt, und... Nur gewinnen, nur gewinnen! Das lassen sich auf dem PC, lassen sich welche hochbußen für 50 Euro, für 50 Paysafe oder so, tun die Pro-Player dann sowas anbieten, dass sie sich dann hochspielen, innerhalb von einem Tag auf Champ. Ach du Scheiße. So Art Service. Mein Bruder hat jetzt auch Kontakt zu Grand Champs, und er zockt dann auch sich auf Champ hoch. Scheiße. Glaube ich, manche spielen aber irgendwie mehr Playstation-Controller, habe ich gesehen, oder? Na ja, Xbox One. Bei Xbox One kannst du besser modifizieren. Ja. Was mache ich da jetzt? Da kannst du nämlich noch zwei behaarte Arschbacken hinten dran kleben, dann rattert das Ding richtig. Pass auf! Press ihn. Ich hab keinen Boost. Ja Scheiße. Ups. Ich bin da hoch. Achtung. Oh, der eine kommt, der eine kommt, der eine kommt. Oh, Nico. Ja, der eine, ich glaub der eine hat den vor dir gerührt. Schön. Nochmal. Nochmal. Ja. Okay, das ist richtig gut. Das ist ja nicht schlecht gemacht. Hä? Alles okay? Ja. Okay, dann soll man das ja machen, das ist ein Problem. Punkt. Ja, das ist hier. Man darf es morgen machen. Wow. Oh, Digga, das war ein guter Pass für die eigentlich. Die sind aber echt stark. Ah! Ich hab mich falsch getroffen. Warum sag ich? Ah! Uah! Hey, was hab ich da? Gute Schuss. Hey, was hab ich da? Gute Schuss. Eif, come hi! Aber, aber. Ich hab's in meinem Kino selbst. Mann, 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 ey. Achtung. Was macht der denn da? Oder nicht. Ja, irgendwie. Wow. Wow! Habt ihn nicht, nein! Nein. Wow. Er kommt dabei. Ja. Oh, kennt ihr das, dass ihr so richtig hart scheißen müsst und es spaltet sich immer so? Ich glaub, es war... Am Samstag... Am Samstag musste ich so hart pissen, ich hab gedacht, ich tue die Kloschüsseln zwei Spaltenhälften, Alter. Ja, es gibt aber heftigere Momente, zum Beispiel, ich war mal scheißen, es war so viel, ich musste zwei Mal abspülen. Weiß ich... Oh, Nico! Ey, was für... Ey, was für zwei Mal spülen, Alter. Das ist ja gar nichts, Mann. Ich hab mal so die Pötte durchgeschissen, Alter, dass ich da draus einfach nochmal einen braunen Keramikkloschüssel bauen konnte, Alter. Was ist denn das? Für normalen Kackern lehnen wir das nicht auszuhalten gewesen. Das... Das... Ne... Ich bin immer der eine, der immer so was raushaut, dann haut der Kollege nochmal raus und ich übertrumpft das einfach nochmal. Ja. Oh mein Gott! Ich hab jetzt richtig gedeckt. Ja, so muss das nicht, so läuft das in... ... zur heutigen Zeit ab. Scheiße, Laber macht einfach so Spaß, ey. Ja... Ich glaub, das kann ich dir gar nicht mehr erzählen, das ist Realität, Mann. Ja... Ja, ach nee, das ist doch nur die Taktik, Mann. Wir wollen uns einfach nur vertuschen, dass es denn echt eigentlich so ist. Also, wir wollen es eigentlich nicht so darstellen, obwohl es einfach wirklich so ist und wir innerlich so voll einsam und traurig sind. Ja. Bleib bei. Ja, ich hab die Hände nicht mehr gemischt. Ja, ich hab mir auch gemischt. Ich hab's gemacht. Sag mal was denn. Nee. Fuck, der sagt jetzt nix. Ich weiß nicht mehr. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Sippi, sippi, sippi. Fuck, Alter, meine Haare sind so lang, Alter, ich muss sie mal wieder schneiden, Mann. Hast du mich naher? Ja, Mann, Sackhaare, Alter. Ich kann es nur schlechten, Alter, ist ein ausreicher Wikinger. bei mir sind es die Arschare und das meint ich jetzt ernst was machen die denn da? ich mein das ernst, Raphael kannst du erweisen oder Raphael? mit ner Arschare sind nicht lang ne? alter Maul geiler Kommentar richtiger Urwald ne? richtiger ey was Klatschreuz hat Ding? Need for Speed, will ich mal gegen mich fahren? ich hab vorher das Busch-Auto, ich hab das seit heute ich hab auch das Busch-Auto wir sind fertig Nico das ist doch gar nix alter, Lamborghini scheiße, ist ja was geileres so 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 welche Liga bist du Sibi? 3 Pause, machen wir ok? ach der Sibi darf in Ruhe steuern, der ist schon 65 ja ja kleine Pause weiss ja Nico weiss ja nicht Timo ja so das wars